Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Sony hat auf der IFA 2014 neben dem neuen Flaggschiff, also dem Xperia Z3, auch wieder eine kleinere Version, allerdings mit ähnlich starker Hardware vorgestellt, und zwar das Xperia Z3 Compact. Das habe ich heute bekommen und ich würde sagen, wir packen es direkt mal aus, schauen was sich so im Lieferumfang befindet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Was wir hier sehen, ist Sony's neues Verpackungsdesign. Das Ganze ist immer noch hier quadratisch gehalten. Wir sehen auch immer noch die Produktbezeichnung direkt auf der Vorderseite, aber hier diese Abbildung sieht eben etwas anders aus. Wir haben hier das Xperia Z3 Compact von der Seite. Hier seht ihr dann nochmal eben, welches Smartphone hier drinnen ist. An den Seiten steht eigentlich nichts Besonderes, aber die Rückseite ist dann nochmal interessant. Hier finden wir nämlich alle verfügbaren Farben. Es gibt das Xperia Z3 Compact nämlich in weiß mit weißer Front und dann hier auch noch in diesen schönen bunten Farben, also dieses orange-rot bzw. dieses grün und eben schwarz. Die haben dann eben eine schwarze Front, aber der Rahmen ist auch immer jeweils in der entsprechenden Farbe gehalten. Ansonsten hier noch ein paar der wichtigsten Marketingbegriffe und dann würde ich sagen, drehen wir das Ganze auch gleich wieder um und machen es hier direkt mal auf. Das funktioniert noch wie bei allen anderen Sony Geräten auch. Ihr seht hier, das ist eben ein Testgerät. Das kann sich in der Ausstattung und auch im Lieferumfang vom Seriengerät unterscheiden. Dazu kommen wir auch gleich nochmal oder darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Hier haben wir aber schon mal das Smartphone an sich, das Sony Xperia Z3 Compact und wenn wir hier jetzt mal schauen bzw. diesen Tray anheben, sehen wir, wir haben natürlich auch noch andere Sachen mit dabei. Zum einen hier unser Netzteil. Ich schaue gleich mal, was das so für einen Output hat. Wir haben hier 1,5 Ampere. Da sollte der Akku dann auch relativ schnell laden. Ist hier in schwarz gehalten, passend zum schwarzen Gerät. Und mit dabei ist auch ein USB auf Micro-USB-Kabel, wie man es eben benötigt so zum Laden. Was hier allerdings nicht dabei ist, das sind Kopfhörer, wie ihr natürlich unschwer erkennen könnt. Ihr habt eben gesehen, der Lieferumfang kann sich unterscheiden. Ich habe einige Kollegen, die haben auch schon ihr Testgerät bekommen, da waren auch keine Kopfhörer dabei. Kann sein, dass jetzt bei der Retail, also der Verkaufsversion, dann im Endeffekt doch welche mit dabei sind oder eben nicht. Das weiß ich leider noch nicht. Was aber hier natürlich wieder mit dabei ist, was nicht fehlen darf, sind so Dinge wie Startup Guide, SAR-Informationen, Garantie-Informationen und so weiter und so fort. Das, was wir uns alle immer brav durchlesen. Aber das war es vom Lieferumfang vom Sony Xperia Z3 Compact. Im Prinzip nichts Spektakuläres. Und hier haben wir es auch schon, das Xperia Z3 Compact oder C3 Compact oder Z3 Compact, wie auch immer. Hier ist noch schön in einer Folie. Die wollen wir jetzt gleich mal wegnehmen. Und dann haben wir hier auf der Vorderseite auch nochmal eine Displayschutzfolie. Ich hoffe, ihr konntet das hören. Das gehört ja immer dazu. Die auf der Rückseite ziehe ich dann später noch ab. Das hier ist das Smartphone. Ihr seht es in der Farbe schwarz. Und es ist wirklich ziemlich kompakt. Ich gebe euch mal schnell hier die Abmessungen durch. Wir haben 127 x 65 mm. Darunter kann man sich immer nicht so viel vorstellen. Ich habe hier jetzt mal das iPhone 6 daneben. Das hat ja ein 4,7 Zoll Display. Das Z3 Compact ein 4,6 Zoll Display. Dann seht ihr schon, das Z3 Compact ist wirklich kompakt. Ich denke, da kann man sich nicht beklagen. Wirkt auch überhaupt nicht großartig größer, als es noch beim Vorgänger der Fall war. Und das hat ja noch ein 4,3 Zoll Display. Außerdem ist es 8,6 mm dünn. Damit ist es jetzt nicht das dünnste Gerät. Ich halte euch hier auch nochmal das iPhone 6 daneben. Das seht ihr schon, das ist eine ganze Ecke dünner. Aber dafür haben wir hier beim Z3 Compact eben auch einen richtig großen Akku. Zumindest für diese Abmessungen. Außerdem wiegt es 129 Gramm. Also sehr, sehr leicht. Das geht auf jeden Fall absolut in Ordnung. Ich habe es ja jetzt schon mehrmals gesagt. Wir haben auf der Vorderseite ein 4,6 Zoll großes Display. Es ist ein IPS-Panel mit einer HD-Auflösung. Also 1280 x 720 Pixeln, wie auch schon beim Vorgänger. Er gibt dann 319 Pixel per Inch. Ansonsten auf der Vorderseite eine 2,2 Megapixel Frontkamera, diverse Sensoren und so weiter. Eine Benachrichtigungs-LED. Hier die Hörmuschel, sowie keinerlei physische oder touchsensitive Tasten. Das Gerät setzt natürlich auf Onscreen-Tasten, wie wir das von Sony schon länger kennen. Schauen wir uns das Gerät von der Seite etwas genauer an. Hier haben wir etwas Interessantes. Der Rahmen besteht nämlich jetzt aus Kunststoff. Beim Vorgänger war das noch Metall, also Aluminium. Jetzt ist es aber Kunststoff, ist aber matt gehalten. Ich habe es vorher schon gesagt, der Gerätefarbe entsprechend ist meiner Meinung nach auch ganz nett. Aluminium ist natürlich immer etwas hochwertiger, aber hier mit diesen Matten, das hat Sony auch ganz gut gelöst. Da finden wir links einmal unter einer solchen Kappe wieder den Einschub für die MicroSD-Speicherkarte. Ihr habt 16 GB an internem Speicher und der kann erweitert werden. Ansonsten haben wir hier auch noch wieder die Pogo-Pins, um das Ganze eben aufzuladen mit einer Dockingstation und natürlich auch unter dieser Kappe den Micro-USB-Anschluss. Das Gerät ist nämlich wieder IP67 zertifiziert, heißt es ist gegen Staub und auch gegen Wasser geschützt. Und dann ganz rechts auf der Seite haben wir dann nochmal einen Slot, wo dann eben hier die SIM-Karte reinkommen kann, wenn ihr die denn einsetzen wollt. Schauen wir uns das Gerät von der Unterseite an. Hier haben wir einen Lautsprecher-Ausgang, den werde ich natürlich auch noch testen. Und interessant ist auch nochmal die rechte Seite. Hier haben wir einen dedizierten Auslöse-Button für die Cam. Sehr, sehr praktisch. Finde ich cool, dass Sony das auch beim kleineren Gerät macht. Daneben dann die Wippe für lauter, leiser und den typischen Power-Button. Die scheinen so vom Ersteindruck her ganz gut verarbeitet zu sein. Mehr dann im Review. Und auf der Oberseite dann noch der 3,5 mm Klinkenanschluss und ein erstes Mikrofon. Ich habe es ja schon gesagt, das Gerät ist wieder IP67 zertifiziert, also gegen Staub und gegen Wasser geschützt, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Damit wären wir jetzt bei der Rückseite. Ihr seht jetzt, wir haben auch hier nochmal eine Folie und auch die nehme ich jetzt ab. Sehen wir auch nochmal schön hier die schwarze Rückseite. Ich mache diese Kappe nochmal ganz zu. Das Gerät sieht definitiv nett aus, also auch designtechnisch gefällt es mir ganz gut. Hier bei der Rückseite haben wir jetzt Glas. Beim Vorgänger war das ja noch ganz normaler Kunststoff. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Fühlt sich nicht billig oder dergleichen an, aber das kennt man ja auch schon von Sony. Wie gesagt, es gibt verschiedene Farben. Wir haben eine 20,7 Megapixel Hauptkamera, die nochmal verbessert worden sein soll im Vergleich zum Vorgänger. Und hier nochmal eine Foto-LED, NFC natürlich, das Sony-Logo, das Xperia-Branding und einen 2600 mAh starken Akku, der eben fest verbaut ist. Ansonsten, wie gesagt, der Speicher kann erweitert werden. Das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Drehen wir das Ganze nochmal um und schalten es ein, betätigen den Power-Button für ein paar Sekunden, hoffen, dass es hochfährt. Das tut es natürlich. Als Betriebssystem haben wir hier Android 4.4 KitKat, natürlich wieder mit Sonys hauseigener Xperia UI. Die sollte für eine sehr, sehr gute Performance sorgen. Als SoC den Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core mit 2,5 GHz je Kern, also wirklich sehr, sehr ordentliche Hardware. Und dazu gibt es 2 GB Arbeitsspeicher, das sollte auch ausreichen. Ansonsten LTE, also Long-Term Evolution natürlich zur mobilen Datenübertragung. Ihr seht hier auch nochmal ganz schön, die Display-Ränder hier an der Seite sind dünner als beim Vorgänger. Das sieht gut aus und führt eben auch dazu, dass man die Größe quasi beibehalten konnte und trotzdem auch ein größeres Display verbauen konnte. Ja Leute, das war das Unboxing des Sony Xperia Z3 Compact. Auch zu diesem Gerät folgen natürlich zahlreiche Videos. Wie immer gilt, solltet ihr irgendwas Spezielles sehen wollen, lasst es mich einfach unten in den Kommentaren wissen. Ich werde dann versuchen, das zu beantworten oder eben direkt ein Video zu machen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschau. Bis zum nächsten Mal.